Nee, das ist ein 8x8, also 64, wir brauchen ein Stack also. Wolle. Und vielleicht sogar noch mehr für dieses hier, für diesen Boden. Die armen Schäfchen. Ich hab voll kein Mitleid mit denen. Zwei, drei. Vier. Eins tief noch und dann passt es. Fünf. Ach, wisst ihr was, eins noch. Komm. Eins muss noch sein. So. Gut, so groß wird ungefähr der Keller oder beziehungsweise so tief wird der Keller werden. Doch nicht so. Da kommt die Leute hin. Okay. Gut, dann schließen wir das Ganze wieder. Und jetzt baue ich es von unten her so, dass es zu diesem Stockwerk passt. Und jetzt muss ich euch wieder unterhalten. Höhöhöhö. Ähm, reden wir über, reden wir über, keine Ahnung. Ähm. Über Zahnpasta. Keine Ahnung, wie ich auf Zahnpasta komme. Was habt ihr für eine Zahnpasta? Ne, 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 das ist völlig falsches Thema. Äh, reden wir über, äh, blablabla. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ist ein schönes Thema. Habt ihr auch manchmal keine Ahnung? So wie ich? Ich schon. Irgendwie ist, irgendwie, äh, komm, irgendwie, äh, irgendwie, äh, keine Ahnung. Ah, genau so habe ich, keine Ahnung. Was? Egal. Ah, ein bisschen Gravel. Ja, sie könnten wir für unseren Weg gerade nicht brauchen. Oh, hier ist ein kleines Zwischenlöchchen. Gut, ich muss schauen, wie weit ich das jetzt bauen muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben nach vorne, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir sind hier eins zu weit. Hier muss geclosed werden. Gut, dann, 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 wie breit muss das jetzt sein? Oder wie lang? Je nachdem. Eins, zwei, drei, vier. Moment, ich habe jetzt verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Auch sieben, okay. Sieben ist die Zahl Gottes. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Okay, dann, damit haben wir jetzt auch unsere Breite und unsere Länge gefunden. Erstmal ist hier vom äußersten Bereich. Und dann können wir den Rest einfach abbauen. Später können wir auch da noch nach oben bauen. Hier noch einen Block nach oben abbauen. Und dann haben wir unseren Keller, wo wir unser Portal platzieren werden. So, hier muss... Moment, wie weit? Obwohl, das werden wir schon sehen. Ich baue jetzt einfach hier ein bisschen weit nach vorne ab. Am besten die obersten Blöcke. So, und jetzt auch von der anderen Seite. Dann werde ich den Punkt schon finden. Wie laut ist das? Okay. So, die Musik macht es, glaube ich, ein bisschen freundlicher. Die Musik war ja gerade ein bisschen lame bis jetzt. Nein, ich werde jetzt nicht singen. Nein, nein! Ich werde nicht singen. Ich werde hier jetzt nicht singen. Diese Musik verleitet mich aber dazu. Jetzt bauen wir unseren Keller. Ich baue den Keller. Aber zunächst muss ich den Abraum entfernen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt singe. Aber ich hoffe, es ist... Kommt gut an. Keine Ahnung. So, Moment. Okay. Ich muss kurz schauen, ob ich überhaupt aufnehme, weil... Ich habe gerade gedacht, ich nehme mich auf wegen meinem Mikrofon-Sound, meine ich. Aber ich nehme den gerade auf. Deswegen habe ich gerade Fraps geschaut und so, ne? Ach, jetzt kommt die Anu-Musik. Die wird, glaube ich, ein bisschen... mehr... Freude bereiten. Mehr Freude bereiten? Nein, du wirst schon. Ein bisschen mehr... Fröhlichkeit verbreiten in diesem Let's Play. Ach, wir haben unsere Spitzer gefasst verbraucht. Obwohl ich gar nicht so viel abgebaut habe, oder? Oh, nicht so viel, okay. Gut, also ich glaube, Pflastersteine haben jetzt genug auf dieser neuen Welt. Ich glaube, jetzt brauchen wir Kohle, ne? Ich brauche unbedingt... Ich muss unbedingt eine Höhlen-Erkundung jetzt gleich machen. Okay, jetzt haben wir den Abraum abgebaut. Jetzt baue ich das noch ein bisschen weiter nach oben ab. Zwei, natürlich. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann hier. Eins. Zwo. Eins, zwei. Und zwöl. Eins. Zwöl. Na, machen wir es jetzt. Naja, Quatsch. So, jetzt. So mache ich es. Lalalalalala. Moment, Moment. Okay, jetzt. Das sah ich irgendwie dauernd. Okay, jetzt. Okay, jetzt werde ich sterben. Okay, jetzt. Okay, okay. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Okay, jetzt. Stellt euch jetzt einen Zusammenschnitt vor von allen Let's Plays, wo ich Oh-Oh-Jetzer gesagt habe. So, gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Äh, ich... Mir fällt echt kein Thema ein, also... Reden wir über Drogen. Nein, Spaß. Ich höre hier nicht über Drogen. Ich habe doch nie Drogen probiert, außer Bier und Alkohol. Ne, ist dasselbe. Bier und Alkohol ist dasselbe. Äh. Okay, äh... Ach, ich möchte singen. Darf ich singen? Krieg ich von euch die Sing-Erlaubnis? Ich will so sehr singen jetzt. So sehr singen jetzt. Oh Gott. Wieder was scheiße formuliert. Unglaublich. Nein, ist ja egal. Schon wieder sieht er viel Musik. Okay. Aber die ist immerhin cool. Diese Musik... Scheiß drauf, ich sing jetzt einfach. Diese Musik ist cool. Ich entferne jetzt ein bisschen Abraum für meinen Keller. Der Abraum, der Abraum würde entfernt. Jetzt bauen wir ein Portal. Egal. Ich brauche ein bisschen Ei... Ein bisschen Eimer. Was? Ein bisschen Eimer? Egal. Ein bisschen Eimer. Okay, ich habe da vorher ein Lava gesehen, wo wir hergekommen sind, deswegen mache ich mir jetzt einfach mal... Mach mal zwei Eimer, damit es nicht so lange dauert. Wir gehen ja eh gleich... Oder beziehungsweise in der nächsten Aufnahmesession gehe ich in eine Höhle. Dort können wir ja uns ein paar... Da können wir ja ein bisschen Eisen finden. So. Eins, zwei... Zwei Eimer. Sehr schön. Gut, zunächst muss ich die Löcher quasi schon mal vorher... Mh... Bauen? Hey, neue Wolle. Stimmt ja. Ähm, wo ist die Schere? Da ist die Schere. So, Sklaven, ich bilde eure Wolle. Euer Herr ist wieder da. So. Danke, ich gehe wieder. Sind die jetzt fertig, die Möhren? Ich baue jetzt mal ab und schaue. Ja, die waren fertig. Okay. Jetzt haben wir zwei Möhren. Um unsere Produktivität zu steigern, platziere ich die beide wieder. Dann kriegen wir beim nächsten Mal vier Möhren. Und so weiter. Das verdoppelt sich dann immer. Haben wir eine sichere Nahrungsquelle. Und die einfache Nahrungsquelle auch. Ah ja, ich... Genau, ich muss jetzt zunächst das Loch platzieren, da wo später das Portal hinkommen wird. Ich platziere es jetzt einfach mal dorthin. Hier kommen dann später die zwei Dinger hin. Die zwei Grund-Obsidien-Teile. Im Brandsitz kann es ja nichts, weil wir ja noch kein Holz da drin platziert haben. Von daher ist es ganz risikofrei. Risikofrei. Und verwende ich solche Fremdwörter unglaublich. Ich verwende nur Fremdwörter in meinen Let's Plays. Wie lange nehme ich eigentlich schon jetzt auf? Also ich glaube, ich nehme jetzt schon eine Dreiviertelstunde mindestens auf jetzt gerade. Habe ich ein gutes Polster für nächste Woche. Nächste Woche ist eine Zweierwoche. Laut meinem Stundenplan, da habe ich weniger Stunden. Und ich habe ja nächste Woche einen Tag frei, wegen Tag der Arbeit. Obwohl ich gar nicht arbeite. Was ist denn da hinten jetzt? Da war irgendwas rot. Da ist irgendwas gestorben. Ah ne, nur ein evil Hühnchen. Okay. Okay, wo waren jetzt die Lava? Ist das ein Kürbis? Ne, das ist nur ein bisschen Sand. Na toll, wir sind im Dschungel. Und kaum sind wir im Dschungel, sind doch schon die Grüner da. Super. Na, wo ist denn jetzt die Lava? Wo ist die Lava? Lava, zeig dich! Wo ist denn die jetzt Lava? Wo ist denn jetzt die Lava hin? Wo ist denn jetzt die Lava hin? Kann mir das jemand sagen? Wo ist denn... Fremd! Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind mal wieder im Dschungel. Ah, da hinten ist die Lava. Okay. Im Dunkeln sieht man es leichter. Na gut, dass es jetzt Nacht wird. Hallöchen, Hühnchen. Heute gibt es Kentucky Fried for Burning. Okay, jetzt laufen wir wieder zurück und platzieren die Lava dorthin, wo sie sein sollte. Lava, da hinten ist die Lava. Lala, 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 lala. Hören wieder eine Anno-Musik. Anno-Musik ist super schön. Deswegen sing ich auch so häufig jetzt Ah, nur Musik ist so schön Jetzt muss ich die Lava abfließen lassen Okay, äh, wo ist das Loch? Hä, wo ist das Loch? Ah, da ist das Loch, genau Ich vergaß schon Gut, du kommst hierhin Und dein Kollege kommt hierhin So, jetzt brauchen wir Wasser, um das Ganze zu Obsidian machen zu können Wir haben Glück, denn hier ist ja zum Glück Wasser So Jetzt müssen wir die hochkraxeln Und ich glaube, ich mache jetzt dann auch eine Aufnahmesession Pause Ich beende jetzt dann auch die Aufnahmesession Weil ich glaube, ich muss es noch konvertieren Und es kostet, wie gesagt, ein bisschen Speicherplatz Gut Jetzt haben wir dann schon ein bisschen Obsidian platziert Ach, Maya Musik Die Mayas sind schon wieder da Sie wollen nicht, dass ich das Portal platziere Ich muss dich verteidigen Wo sind's los, seid ihr, ihr Mayas? Moment So, ihr Mayas, zeigt euch Okay, äh, ich glaube, ich beende jetzt die Aufnahmesession Und dann bauen wir im nächsten Part das Portal fertig Und vielleicht sogar sehen wir uns dann in der Hölle wieder Also im nächsten Part, meine ich Also dann bis zum nächsten Part, ne? Ciao Ciao